Also ich betrete die Firma seit 27 Jahren jetzt. Warum bin ich da? Weil es mir Spaß macht, weil es abwechslungsreich ist und das spiegelt sich auch in meinem Werdegang wieder. Ich bin seit 18 Jahren Personalentwickler und das Tolle an meinem Job ist, dass ich die Mitarbeiter von der Ausbildung bis über die Weiterbildung bis in die Managementfunktion begleite, betreuen darf und da die Entwicklung miterleben darf. Hier sind wir in unserer Kantine mit einer angeschlossenen Bäckerei und hier bin ich fast jeden Tag, wenn ich da bin, typisch Mann. Für mich gibt es hier Fleisch. Bei Tom gibt es meiner Ansicht nach keinen strikten Dresscode. Ich komme in der Regel von Montag bis Donnerstag im Anzug zur Arbeit, Freitag, Casual, Friday durchaus auch mal in der Jeans. Die Chancen in der Rewe Group sind sehr vielseitig. Das sieht man vielleicht auch an mir. Ich habe als Aushilfe an der Kasse angefangen, habe Wagen geschoben, habe danach Märkte eröffnet und bin heute Leiter der Personalentwicklung bei Tom Baumarkt. Was ist ein kleines Webb´s? Dann es gibt es zweitig. Is zigaiert mit einem Wert? Oder ich finde es weil ich das Katzen im Bokarik war, aber da hat ich Geld False. War Version